Ah, ich bin... Die gedungen gefordert. Praktischen Rückzug machen. Aaaaaah! Sie musste nach VVBB kommen. Why? Ach, das ist der Delta, grüß dich. Ah, Mendo, Knife, 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 Knife! Das ist immer so tragisch, wenn man da so nach hinten läuft und immer auf den draufballert und merkt man einfach ran. Schlitz, Schlitz, Alter. Schlitz, Schlitz. Alter, ich bin in keinem Freegame gejointed. Cool, er ist vier gegen sechs. Geil! Und ich wette, zwei von den sechs gegen unseren Leuten sind Kommandos. Und ich krieg das in die ganze Zeit. Ich wette das jetzt mal rein. Ich bin von den 3-Figgen. 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 Und ich bin von den 3-Figgen-Hack. Hey Gunner, weißt du was dein Problem ist? Du hast kein Soldier mehr. Ja, das ist eine Kirche. Hey nein, unser Auto fährt nicht zu Roadblock, get cancer. Und da sind nur zwei Roadblock, Klassiker. Ist das ein Retard-Squad hier in meinem Teammate? Alter, lag! Lan, Kalk 2. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, mit so viel Recoil und so. Can't stop, won't stop, oder? Turn up the volume, oder? Ja. Wieso ist man eigentlich dann irgendwann so oft stuck, dass wir die Panzer sperren? Du musst halt immer noch in dem Vierkünden drinne bleiben. Du? Ja. Ja, ja. Ich mein nach Marat und Salvatrutscher, aber... War ich schon mal mit dem Broder mich hier? Nee. Okay. No, no. Ja. 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 Ja.